Ja! Wir spielen Paperbad! Okay, Moment, ich muss die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Wobei, die Sthetics können wir auch noch mal kurz gucken hier. Geht das? Ach, da oben. Pfl 흔들et Pfl F Tổi Lass Okay, reicht. Okay, nee, ich kann es tatsächlich nicht laut, leiser machen, deswegen muss ich es jetzt so mal leiser machen. So. Ich mach's mal so, dann hört man es wenigstens noch im Hintergrund ein bisschen, ne? Oder ist die Musik zu laut? Auf dem Handy bestimmt wieder kostenlos. Hey, 99 Cent, Leute. Entwickler unterstützen. Wir spielen Paper Bad. Es ist ein Spiel, bei dem ihr Zeitungen werfen müsst und damit Punkte sammelt. Ja, das ist doch, das ist doch was. Wer von uns wollte nicht mal ein Zeitungsjunge werden oder ein Zeitungsmädchen oder ein Zeitungsdivers? Und das können wir jetzt hier testen. So ein Spiel hatte ich früher für den Game Boy. Paper Boy heißt es, glaube ich. Genau, so heißt es hier auch. So. Und jetzt Play. Guck mal, wir können sogar aufs TNT fassen. Guck mal, auch der Arme. Guck mal, der ist gerade am Kochen. Aber die Flamme will nicht so richtig, ne? Eigentlich ist er am Grillen. Deswegen, wir helfen ihm mal. Ja, gut. Er guckt sich den Grill mal von unten an. Vielleicht hat er da das Problem irgendwie gefunden. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Muss ich da draufschmeißen? Yay! Ich hab die Polizei umgebracht. Der liegt sogar noch dahinten. Guck mal, der ist doch glücklich, dass er tot ist. Der sieht glücklich aus. Und der andere, der liegt da unten drunter. Unter dem Grill. Das ist halt wirklich kostenlos. Ey, Ryan, unterstützt die Entwickler. Ich sag's euch. Oh, guck mal hier. Oh. Hier, Ente. Ente süß-sauer. Kann auch gedrückt halten. Nee, geht nicht tatsächlich. Ich fand das lustig. Ja, ich hab ein paar Enten belästigt. Meine Güte. Da stand was Wichtiges in der Zeitung. Da stand drin, das war ein tolles Rezept für Ente süß-sauer. In Ente all orange. Kann man den doch mal zeigen? Was hat dir die Ente angetan? Ich hab denen doch nur den Artikel zeigen wollen. Und die haben halt keine Hände. Und was muss man machen, wenn man keine Hände hat? Man hält es ihnen direkt vor's Gesicht. Damit die halt auch Bescheid wissen. Ich soll mich schämen. Okay, ich kann mich schämen. Aber eigentlich hab ich keinen Grund zu schämen. Ja, das Spiel ist toll. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass deine 99 Cent gut investiert sind. Okay, weiter geht's. Ich will wissen, was da noch so alles auf mich zukommt. Sind wir jetzt im Fahnden gleich? Oh, guck mal hier. Und die Fenster alle kaputt. Wir müssen ganz viele Punkte sammeln, Leute. Hallo? Hallo, Herr Rasenmäher? Ui. Nein, der Rasenmäher. Oh mein Gott. Nicht, dass er noch jemanden umbringt. Schnell. Ey, die Polizei will dich aber schnell umbringen. War's das schon? War das falsch? Was ist mit dem Polizisten da unten los? Der macht Gymnastik. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ich kann nichts tun. Hallo? Hallo? Achso. Ich weiß nicht, was das war, aber ich freue mich jetzt einfach mal mit. Trink was. Dankeschön. So. Jetzt geht's weiter. Oh, guck mal. Oh, der Arme. Ja, ich wollte ihm wieder zum Gehen verhelfen. Guck mal, das ist der, der hat mich damals zu Sozialstunden verknackt, der blöde Richter Und hier, der Kleine will doch nur fliegen, guck mal, tschüss Guck mal hier, Kinder Hier, er kann wieder laufen Hallo, Herr Polizist Take the shot Oh, achso, ich muss dann einfach nur hochtreppen Ah, und da kann man seine Punkte, wenn ich die 10 getroffen hätte, hätte ich meine Punkte verzehnfachen können Okay, das wäre natürlich auch cool Das ist ja richtig vielseitig, das Spiel Da musst du richtig Mathe machen Um einen Highscore zu haben und sowas Du musst richtig denken, Leute Nicht nur einfach Zeitungen schmeißen und so Nein, da musst du nachdenken Von 99 Cent, Leute Dafür, dass ihr lernen könnt in diesem Spiel Oh Gott Boss Stage Hilfe Hey Sie verfolgen mich Hey Guck mal, da steht was ganz Wichtiges in der Zeitung Hier, Stellenausschreibungen Falls ihr einen anderen Job wollt Jetzt siehst du zu viel in dem Spiel, was? Nein Welchen Sinn hat das Spiel? Leute, wenn ihr das nicht verstanden habt Das kann ich euch jetzt halt nicht erklären Es ist vielleicht ein bisschen zu hoch für euch, das Spiel Kann das sein? Ist jetzt nicht böse gemeint Aber vielleicht ist das ein bisschen zu hoch gestochen Den Sinn und Zweck Ich meine, was hast du hier alles? Du kannst Fahrrad fahren Du kannst deine Motorik testen Indem du halt eben zielst und wirfst Dann musst du am Ende sogar noch rechnen Weil du ja am Ende auf diese Punktetafel draufschmeißt Und dann deine Punkte vervielfachen kannst Dann musst du auch noch gucken Also wirklich gute Augen haben Wo da die TNT-Fässer sind Wo Geld rumliegt Wo Kinder vielleicht misshandelt werden müssten Irgendwas in der Art und Weise Das musst du halt einfach alles angucken Das ist einfach ein Multifunktionsspiel Und du darfst dich natürlich auch nicht ablenken lassen Von dem absolut guten Humor in dem Spiel So Extrablatt Extrablatt Hier habe gute, gute Nachrichten Donald Trump hat nächste Wahl Supergute Oh, Hilfe Alter Du hättest mich fast mit dem Ding abgeschossen Der hat mich fast mit dem Ding abgeschossen Oh, guck mal, der Der will eh Selbstmord machen Warte Nein, 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 komm Nein Ach, Mann Hier Das ganze Geld muss ich eigentlich mal hinkriegen, du Warte, warte Jetzt treffe ich Jetzt treffe ich Jetzt treffe ich Komm, die 10, die 10, die 10 Was Och, Mann Ich habe gedacht, ich treffe die 10 Das ist wieder so ein richtiges Trash Was Von wegen, Leute Habt ihr gesehen, wie schwer das für mich war am Ende Hier Liebe Dame Hier Neueste Vogue Holen Sie sich mal bessere Klamotten Guck mal, ihr Ich kann mithelfen Ich mache das Feuer auch aus, okay Was ist hier Ja, zu viel Sport ist ungesund Was ist jetzt passiert Das ist ein Altersheim Das müssen wir kaputt machen Weil ansonsten Gibt es Überbevölkerung Okay, warte Jetzt, jetzt Ja, komm, die 10, die 10, die 10, die 10 Warte hier, so Die 10, die 10, die 10, die 10 Ich habe extra ein bisschen höher gemacht Weil ich gedacht habe Der geht, fliegt noch ein bisschen nach unten Verdammt Zu viel Papier in die Landschaft werfen Ist auch ungesund Hä, sind doch Bäume Papier wird aus Bäumen gemacht Bäume kommen in der freien Natur drin vor Das heißt, wenn ich Papier schmeiße Und das landet dann irgendwo in der Natur Dann wächst da bald wieder ein Baum Hallo, das ist auch noch ein umweltbewusstes Spiel Also Greta wird das auch spielen Was meint ihr? Was hat die Produktion dieses Games gekostet? Nicht genug Ah, guck mal Ah, guck mal Ui 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 Ey, ich habe fast alle erwischt Die Frage ist Wer sammelt eigentlich die ganzen Zeitungen Am Ende des Tages wieder auf? Wo holt er die Zeitungen alle her? Das stimmt auch Albino, hallo Ist er hier? Hallo Guck mal, sie winkt mir so schön Soll ich sie einfach stehen lassen? Ich meine, ich könnte ja rein theoretisch auch mal ein paar Leute verschonen Aber ich will ja auch, dass die Zeitung gelesen wird, ne? Ich verdiene ja mein Geld damit Wisst ihr, was der Sinn und Zweck des ganzen Spiels ist? Das ist ja die Bild-Zeitung Die ich hier gerade verteile Und das Problem mit der Bild-Zeitung ist Die liest ja kein Schwein Wenn man sie nicht Den Leuten direkt in die Fresse klatscht Weil so ein Schund liest doch sonst keiner freiwillig Deswegen musst du die Leute dazu zwingen Und aus dem Grund Ist das meiner Meinung nach sinnvoll Oh, ich hab's auf die Zweige gezielt Oh, der Sound kratzt Ton sagt bitte Spielwechsel Oh, nein Okay Aber danke fürs Bescheid sagen Ich versuch's gleich mal zu fixen Und kenne ich die gleiche Musik Warte, ich versuch's mal zu fixen Und währenddessen hört ihr der tollen Musik zu Wie sieht's mit dem Ton aus? Ist jetzt besser? Nee, immer noch nicht besser Okay, ich versuch's nochmal was Ist jetzt besser? Immer noch? Okay Ich versuch's nochmal was Ist jetzt besser? Wie wär's einfach mit der Lösung? Das Problem ist, ich muss wahrscheinlich den Stream neu starten Jetzt muss ich mal gucken Entweder wollt ihr mich verarschen Weil ich einfach nur, dass ich das Spiel wechsle Jetzt muss ich mal selber kurz gucken Ich hör mal kurz rein Nee, ist es tatsächlich wirklich so Nicht, dass ihr Ich wollte euch jetzt nichts Böses unterstellen Aber hätte ja sein können Aber hätte ja sein können Dass wir einfach nur wollen, dass das Spiel wechsle Hätte ja sein können Meine Güte Okay, da muss ich tatsächlich den Stream nochmal neu starten Ähm, ich bin gleich wieder da Ich starte kurz den Stream nochmal neu Was du von uns denkst Also Leute, nicht weggehen Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da